Ja, sage ich, aber nur die das selbst schon gemacht. Sonst haben sie manchmal ja auch, es gibt ja auch manchmal Freunde, die sind vielleicht vermeintlich Freunde, aber sind dann vielleicht auch neidisch darauf, dass sie sagen, hey, ich will jetzt nicht mehr Mieter sein. Die kommen dann mit so Ratschlägen, oh, was haben die Nachbarn gedacht? Oder da können ja Reparaturen kommen. Solche Freunde, die würde ich auch nicht fragen. Die kommen dann mit so Ratschlägen. 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 Die kommen dann mit so Ratschlägen.